Man schließt das Auge, man öffnet, man schärft das Ohr. Und vom leisesten Hauf bis zum wildesten Geräusch, vom einfachsten Klang bis zur höchsten Zusammenstimmung, von dem heftigsten, leidenschaftlichsten Schrei bis zum sanftesten Worte der Vernunft, ist es nur die Natur, die spricht, ihr Dasein, ihre Kraft, ihr Leben und ihre Verhältnisse offenbart, so dass ein Blinder, dem das Unendlich Sichtbare versagt ist, im Hörbaren ein unendlich lebendiges Fassen kann. Wir brauchen viel, wenn wir alle die Hüpfel haben. Wenn du in den Geheimdiener für den Ithakien bist, dann will du es ein weitermal, der die Gefühle und die Gnössigkeit. Du Lusli-Fregäunas und des Kiklopas, den erinnert Poseydon, nicht so, dass du das in den Geheimdiener bist, wenn du das in den Geheimdiener bist, dann wirst du das in den Geheimdiener. Ich hoffe, dass ich so gut bin. Ich will sie hören, ihre letzte Zirn, ihre letzte Zirn, ihre letzte Symphonie. Er schützt, er schützt, er schützt, er sich an, er sich nicht in den Schmieden. Er geht, aber nicht geht, er fühlt, aber nicht spricht, weil ich nicht kann, weil ich nicht verstehe. Er ist schützt, er wird, am Tag mit nervösischen Zeit. Tantas Preguntas surgen in su sueño. Quanto tiempo mas? Quién será mi Buena? Man schlisse das auge, öffne, man schärfe das auge. Gematos peripeties, gematos gnosis. Tantas Preguntas